Wir stehen in der Nationalmannschaft! Alter! Ja, Mann! Unser Derby, Alter! Ja, Mann! Wir stehen in der Nationalmannschaft! Das glaubst du doch nicht! Alter! Dicker gegen... Oh! Brandt, Weigel, Mustafi, Ospika, Höwedes, Leno, Weiser, Goretzka, Öztuniali, Götze und wir ganz vorne! Das ist eine 4-5-1-Aufstellung! Oder 4-4-1-1. Weiß ich nicht, was Gott zu sagen soll. Alter! Oha! Wir begrüßen Sie zum heutigen Länderspiel. Wolfhuss und Frank Wuschmann sind für Sie vor Ort. Und ich bin mal gespannt, was wir für ein Spiel sehen. Wie Zuschauer und natürlich auch für uns wäre es schön, wenn die Spieler mit dem nötigen Ernst in die Partie gehen. Heute steht auf dem Programm das Spiel USA gegen Deutschland. Wir erinnern uns natürlich gerne an die WM in Deutschland. 2006 war das. An diese tollen Spieler, an diese tolle Atmosphäre, Buschi. Ja, wer das erlebt hat, Wolf, der wird so schnell nicht wieder vergessen. Schauen wir mal, wann wir die nächste WM in Deutschland haben werden. Das wird noch ein Weilchen dauern. Erstmal sind ja andere Länder. Wir haben genug Geld. Wir können uns so wieder kaufen. Und jetzt wieder. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben. Brüderlich mit Herz und Hand. Warum haben die schon aufgeholt? Wir haben schon fast eine Wissenschaft. Der ständige Regen in der Stadt ist ein großes Problem. Ach. Wo sind wir hier? Ich habe uns noch nicht gesehen. Das ist doch nicht Löw. Die Aufstellung der Gastgeber werfen einen kurzen Blick drauf. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne. Der Mann soll die Stürmer einsetzen. Sie lieben das Spiel mit den kurzen Pässen, Buschi. Auch heute wieder. Also zumindest in der Theorie. Ja, da können Sie Ihre Stärken ausspielen. Sie haben ja die Leute, die auch dann immer wieder die entscheidende Lücke finden, die geduldig warten und dann im richtigen Moment zuschlagen. Entweder 4-5-1 oder 4-4-2. Weiß ich noch nicht ganz. Wir sind sehr defensiv heute unterwegs. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Sind wir links Stürmer heute oder sind wir... Deutschland mit Drang nach vorne. Na, komm rauf da. Götze hat die Möglichkeit, kann singen. Mach ihn, mach ihn. Mario Götze. Und Kopfschütteln am Spielfeldrand. Ja, ja. Wie kann man so eine Chance vergeben? Das ist nicht Joachim Löcher. Der kann sich überhaupt nicht fassen. Ich habe schon große Nachricht bekommen. Johnson. Bradley. Götze. Ich brauche den Trainer ein bisschen hoch. Ahnt hier diesen Pass weg ist der Ball. Ganz einfach an den Ball gekommen. Jetzt wird es gefährlich. Also Standardsituation ausnutzen. Jetzt ist der Ball dort auf, ey. Cool aufgepasst und verteidigt. Und direkt zurück gespielt. Ja. Ja, ich habe glaube ich noch abgefälscht. Scheiße. Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff. Aber so weiter. 0,0. Wie ich da so bin. So eine Ballerie. Abgefangen. Gut gemacht. Schön dazwischengegangen. Ballverlust. Den spielt er wieder zurück. Jetzt müssen sie aufpassen. Defensiv waren sie es gut. Super dazwischen gegangen. Die Rollen in diesem Spiel sind eindeutig verteilt, finde ich. Ja, denke ich schon, Wolf. Die DFB-Auswahl ist nicht nur für mich hier der absolute... Oha. Sehr gut. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Der war wirklich gut. jetzt kriegen sie diesen einwurf es gibt keinen nein keine verletzung nein 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 natürlich soll er vorne für wirbelson hat ja eine exzellente technik stark im 1 gegen 1 wird eine der hauptaufgaben für sie seien zu stoppen den ball später gleich wieder zurück gehen wird jetzt gefährlich das war der gut gorezka brant weigel mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor okay dom dwyer gott's obama gian gott's das könnte die chance werden ja das ist dann doch harmlos als sowas müssen sie konsequenter spielen usa stark wirklich stark leute ist tonali den angriff block der abklasse aufgepasst weise könnt ihr euch vorstellen dass die ganze mannschaft von union bei mir gerade zuschaut bei meinem debüt jetzt gibt es jetzt die gelegenheit und das gibt egal gerade gefährlicher aus aber der ball ist ja so könnte sie hier mit vorwärts sagen erschießt ganz stark abgeburt 2 wo wir 2 und das war es mit dem angriff er fängt die ball ab wird sehr gefährlicher pass na von amt stellen die räume aktuell sehr gut zu die konsequenz dieser einwurf hier geht es sofort dafür deutschland wird sie ja die führung die bessere mannschaft macht das tor ja und wir machen es beim alter das ding macht überfällig sie haben sich hier viele viele tormöglichkeiten herausgearbeitet und jetzt haben sie sich belohnt wirklich gute leistung heute das tor die logische alter könnt ihr euch vorstellen das hatte ich die frage schon ausgesprochen dass die ganze mannschaft bei union die also ich kann mir ja nicht vorstellen dass die sagen und die führung spielt der dfb elf natürlich in die karte ähm hey hey das bei union einer im klasse aktion ball ist weg das ist ein faul da muss er freistuss geben dass die ganze mannschaft mir zuguckt so gesehen weil welcher union spieler spielt schon in der nationalmannschaft ne so erstmal geklärt nach dieser reingabe also ich kann es mir vorstellen so was sind ja nur 20 spieler 30 spieler irgendwie jetzt die deutsche mannschaft abgefangen gut gemacht besser option deine maul deine maul deine mutter auch guter versuch hier den schuss aus der distanz zu wagen aber das ding geht drüber ja johnson 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 der wer fast also ich hab den also wenn der pass geklappt hätte da wäre wahrscheinlich auch reingegangen wahrscheinlich so langsam wird's gefährlich so langsam wird's gefährlich mhm 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 klick klack mhm mhm ich schalte gerade ein bisschen hoch die gänge weigel den ball spielt er gleich wieder zurück du 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 mal druck von deutschland der kopf zum mitspieler es tun ali und nun ein schuss das wäre gefährlich geworden aber er blockt ihn ab jetzt können sie einwerfen wird da eine chance draus gorecka mario götze schöne flanke jetzt erst mal keine gefahr mehr gut gelöst mhm 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 ein bisschen länger den ball hat er mit angespielt richtige entscheidung der schiedsrichter hatte aber auch eine gute position nein wer wurde wegen gefolgt wie was ja da guck ich dahinter im hintergrund wieder guter da guck ich da guck ich aber da guck ich stoffe gestillt wie das will ich gerade sehen waren wo die nummer 10 wo wird er hinschießen kürze wird nach rechts schießen sag ich doch den elfer hat er ganz cool verwandelt dem druck stand gehalten dieses tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen perspektive an schaut doch gut aus es steht 2 zu 0 bisher spielen sie hier ohne große probleme guter ball nach draußen die grün 2 ja ich dachte die mal mehr in dieser szene aber jetzt haben sie die ball verloren und chip gar nun kürze seine beidfüßigkeit und die enorme variabilität sind mit die größten stärken von mario kürze fenix magert hat ihn mal jahrhunderttalent genannt und magert soll es ja wissen schuss und hier ist der torwart sicher erhält den ball und da ärgert sich der spieler das wäre ein weiterer treffer gewesen deutschland mit drang nach vorne super das ist doch das ist doch eine war das klubst nur noch mehr ich konnte nicht drücken oder so keine ahnung mit der ball am fuß richtung gegnerisches tor da kann ich stoppen doch nicht kein gutes zu spiel hier der geht ins aus bradley und direkt zurück gespielt gutes stellungsspiel und so holt er sich den ball gorecka weigel und den spieler gleich wieder zurück das gibt eine gelbe ganz eindeutiges foul klar spielte auf den ball aber so darf man da einfach nicht eingehen richtige entscheidung des referees da sind wir noch mal ganz deutlich und faires einsteigen das könnte die gelegenheit werden den ball gibt er erstmal nicht er entscheidet auf beistoß und die gelbe und er zeigt den gelben kann man durchaus geben die belten die belten und hier diesen pass weg ist aber weigel die idee bfg an 200 schlüsse aufs tor stellen euch mal vor die werden alle reingegangen das könnte gefährlich werden aber das klappt hat nicht viel gefehlt aber du siehst aber schon dass ihr 22 zwei gegner also 200 united states jetzt gefährlich was der ball läuft gut sie verfallen ich in hektik warten auf die lücke warten auf die schule die wahl die fasi jetzt der ball läuft gut sie verfallen ich in hektik warten auf die lücke warten auf die chance ich habe noch rechts gezogen ich weiß was der pfeiler macht junger vielleicht geht jetzt was für deutschland gut aufgepasst da kommt ja nun kürze den schuss kann er blocken gut aufgepasst eine gefährliche reguläre spielzeit ist oben aber es gibt vier minuten obendrauf weigel gorecka was auch immer er vorhatte nur was auch immer er vorhatte die gehen weil kommt nicht an gute aktion von höhe des jetzt wird es gefährlich sehr gefährlicher pass sie haben immer noch den ball das war keine flacke gut gemacht zwei ehren steifers party kürze levy nationali jetzt vielleicht die flanke lecker gefahr erstmal bereinigt nach dieser reingabe ja da kann ich stoppen brett was da sollte er gar nicht hingehen kein problem scheinbar alles im griff 2 0 zur pause mal sehen was ich wollte schon sagen ich möchte schon vorbei aber das war schon überzeugend was er da im ersten durchgang geboten hat er hat sein tor im ersten durchgang gemacht eine wirklich gute leistung sie liegen ja auch zurecht vorn ja der war knapp und das ist nicht jugi löwe im leben nicht nicht in diesem leben nicht in diesem leben ey wie sind die mannschaft mit den meisten toren aktuell also italien wales da gibt es so zwei tore gefahren achso es gibt die erste die liste geht noch weiter runter entschuldigung nevermind okay es bleibt aber weiterhin 1 es steht überall entweder 1 0 1 1 0 0 oder 0 1 es gibt aber nur ein einziges match wo es 2 0 steht alter mhm okay alter was junge holy shit aber alles rot das ist schlecht ich glaube der nationalmannschaft wenn man nicht aufgenommen deutschland mit der führung aktuell der zweite durchgang läuft deutschland mit drang nach vorne das gibt freistoß machte gut hier klasse aufgepasst lewene zunali einwurf deutschland und chipka schön dazwischen gegangen die stehen aber wirklich gut die deutsche mannschaft bekommt den einwurf weise hallo ist nicht nur euer spiel bobi wirst du nali weise hi die defensive steht und jetzt hören wir das weise so das ist jetzt natürlich schon klasse was sie da machen enorm ruhig ball sicher diszipliniert so der letzte drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen aber sie liegen halt vorne und was doch ab junger gut dazwischen weg ist der ball meine güte tschuldigung bitte weigel und chip gar mario götze levy nationali so muss das nämlich habe ich gehört noch mal der treffer diesmal aus einer anderen perspektive klasse leistung heute und jetzt habe ich seinen toni groß sehe ich ähnlich er hat sich richtig in die partie reingehaut und war für mich heute einer der besten einseitige nummer sie liegen ganz klar vorne wird jetzt gefährlich sauber vom ball getrennt hier brand leck mich am arsch ballverlust weigel 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 gibt es jetzt die gelegenheit goretzka schussversuch der geht nicht rein jetzt vielleicht er war noch dran gibt ecke ecke groß hereingabe kam das faul von hohe des groß goretzka danke pass es ruhig zum gegner statt kurze passen mach einfach mal lang passt einmal über das mittelfeld rüber groß groß die dfb 11 greift hier an ja verdammt in güyen in güyen die deutsche mannschaft mit dem einwurf die wechsel da war die verletzung sich kein brand gesagt brand entschuldigung wer kommt rein nach marco roos jetzt höre das ist tonali fahrt jetzt haben sie den ball ich glaube es bleibt beim breiten und ich glaube die stelle hinten gerade ein bisschen alles zu goretzka so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren gut den ball verteidigt junge passt doch ab junge ne jetzt wird es gefährlich weigel levy nationali gut den körper eingesetzt und chip weiser klasse aktion groß das war einfach und er hat den ball und jetzt toni groß goretzka das könnte die chance werden reuss nein tut er nicht aber er zielt schon mal aufs tor damit die wissen dass man nicht ganz das war nicht ganz eingeschlafen sind und groß und groß goretzka da kommt der schuss muss er gegeben und es gibt ja alles richtig gemacht vom verteidigen er wird jetzt doch noch verspätet gelb ja macht er gut genau so musst du in der situation reagieren jetzt kommt hier der wechsel mal immer aus ein gutes pressing jetzt und jetzt müssen sie marco reuss hier ein bisschen helfen ok oder werden sie doch noch gestorben das war eine gute gelegenheit wiedersehen wiedersehen schöne aktion es tun ali weigel und reuss reuss mit der reingabe jetzt das war am ende doch ungefährlich und da kann sich die abwehr entspannt zurücklehnen torgefahr sieht anders aus aber bisher gutes spiel also es läuft es läuft es läuft weigel goretzka deutschland mit drang nach vorne vater fahrt einwurf für das deutsche team weiser den ball spielt er raus ja warum denn nicht man muss es auch mal aus der distanz versuchen können sie jetzt einen angriff auf 10 bald schon wieder weg gut gemacht klasse einsatz und freistoß gegen die dfb auswahl doch jetzt doch ich bin stürmer ich habe was vorne zu suchen nicht hier hinten die reaktion die reaktion noch was für eine szene toller schuss mit ganz viel gefühl technisch brillant gemacht aber eben kein tor mein gott war das knapp ja du kannst mich ruhig fand und dann noch sehen wir uns 20 minuten zu absolvieren weigel weigel verteidigt da den ballbesitz ok aron johannson groß vati vati jetzt vielleicht mal druck von deutschland schönes zuspiel er ist da und kann den ball hier klären es gibt einwurf jädel jädel nö wird es am ball da steht die abwehr sicher spiel läuft im moment an ihm vorbei deutschland hört ihr mal so in die tribüne oder so das könnte die gelegenheit werden defensiv machen sie es gut und damit sind sie am ball jädelin klasse technik gorecka groß gas am ball redley fabian johnson jetzt müssen sie aufpassen klistern gut den körper eingesetzt gorecka fahrt die fahrt groß am ball schwache pass ansage das ist das sei schei ernst stellen wirklich alles so wie kommt kaum noch in unser mittelfeld hier und in deren mittelfeld fb fabian johnson johnson jetzt wird es gefährlich gute ball verteidigt super einsatz da kann er ihn stoppen klasse aktion er bekommt die unterstützung fabian johnson guter zweikampf es tun alle müssen aufpassen und jetzt wieder groß am wahl sie machen das gut heute oder busche jaja der ball läuft richtig gut und die haben eine extrem hohe passsicherheit die dfb 11 greift hier an er hat's marco roos schon ja ja und tor der passt ganz genau so nämlich so nämlich der ball an die querlatte und dann hinter die linie das sieht natürlich spektakulär aus kann aber auch rausspringen das ding so ist es pech für den keeper das tor hat jetzt noch mal eine andere kamera eingefangen danke an die regie dafür glückwunsch zu dem ersten tor und der gegner strahlt nicht mehr allzu viel gefahr aus ich denke das ding ist durch so jetzt zeichnet sich doch deutlich ab welche hier die bessere mannschaft ist stimmt absolut wolf auf dem papier waren sie ja der favorit aber sie konnten das und das ist wichtig auch auf dem platz umsetzen super pass vom groß super aufgepasst nicht zum ersten mal heute gorecka weigel groß gute aktion julian weigel da versuchen sie es mit dem doppelpass gorecka tony groß die pässe jetzt der ball läuft gut sie verfallen nicht in hektik warten auf die lücke warten auf die chance sie wollen nicht in unterzahl geraten deshalb wird der verwandte spieler jetzt ausgewechselt ist besser so denn es besteht ja immer das risiko der zweiten gelben groß hallo ist es nicht nur euer spiel dankeschön das frühe pressing jetzt ja jetzt gut den körper ein makro häuser ball und chipka weiser jetzt die deutsche mannschaft da geht er dazwischen er macht eine gute partie sehr aufmerksamer auftreten weiser ja ok der war zu weit das wird abschluss geben klästern fabian johnson gute aktion die freuers kann man liefern fans klasse einsatz weiser weigel gorecka und chipka gibt es jetzt die gelegenheit da passt er auf julian weigel und jetzt ein schuss und chipka ja nix zu halten hier besser kannst du es nicht machen wenn du eingewechselt wirst er macht sein tor damit bauen sie die führung noch einmal aus der sieg steht kurz vor schluss treffen sie nochmal gewonnen war das ding natürlich vorher schon aber ich find's gut die spielen weiter nach vorne ziemlich einseitige angelegenheit heute in dieser partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr drei minuten drei minuten drei minuten gibt's das könnte die gelegenheit werden die gleichheit um meine position marco reuss ist so ein überragender fußballer leider hat er immer wieder mit verletzungen zu kämpfen ja das ist eine relativ lange krankenakte und was war das bitter diese verletzung vor der wm 2014 und jetzt ist der ball geklärt jetzt marco reuss am ball und noch mal 6 zu 0 so macht er tatsächlich sein drittes tor heute wahnsinn und das ist eine wirklich überragende leistung heute von so viel können wir zu diesem zeitpunkt wohl festhalten die partie ist so gut wie gelaufen jetzt haben sie den ball können sie jetzt einen angriff einleiten und jetzt hat der unterteische die partie abgefiffen was denkst du über die leistung von toni große hey wir waren heute zwar nicht der beste aber das war unser erstes hallo den ausschlag gegeben war der entscheidende mann mit seinen drei toren ich erst mal noch ein paar tages sie fahren hier einen sieg ein und was für einen ja da war eigentlich von anfang an klar in welche richtung das hier geht sie haben nie nachgelassen und das ding sicher nach hause gebracht ich glaube der trainer ist trotzdem nicht mit uns zufrieden ja na ja na ja na ja na ja gegen australien geht es zwei tage später auch nochmal ran ja na happy birthday ja 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 Aha. Ich esse noch die Chips schnell auf. Das sind nicht mehr viele. Okay, Boateng, Reus, Weigel, Goretzka, Götze. Die sagen mir alle was. Plattenhard, Heinrich, Tar, Leno, Hofmann. Sagen mir alle gar nichts. Ich hole mir ganz kurz was zu trinken und danach geht es sofort weiter. Ey, eineinhalb Stunden, Alter. Also die Folge jetzt alleine. Uiuiui, bis gleich. So, und da sind wir auch schon zurück. Heute steht ein Testländerspiel an und damit hallo nach Hause von Wolfus und Frank Buschmann. Stammformationen finden, neue Spieler testen, taktische Varianten einstudieren. Es gibt viele Gründe für Testspiele auch auf Länderebene. Die Klubtrainer argumentieren allerdings gern dagegen mit der hohen Belastung für die Spieler. Heute sehen wir die DFB 11 gegen Australien. Ja. Die WM ist natürlich das große Ziel jedes Spielers, egal aus welchem Land du kommst, egal in welcher Liga du spielst. Einmal bei der WM dabei zu sein, das ist der große Traum. Oh ja. Das merkst du bei den sogenannten kleinen Ländern, die man nicht immer auf dem Schirm hat. Aber natürlich auch bei den Großen. Da spürst du selbst bei den abgebrüteten Profis. Alle wollen hier dabei sein. Singt keiner mit. Habt ihr überhaupt Nationalstolz? Gut, selbst ich singe nicht mit, ne? Wer meint. Kick schon so. Kick schon so. Das Sommermärchen von 2006 ist untrennbar mit dem Olympiastadion verbunden. Ja, das war das unvergessene Viertelfinale gegen Argentinien. Elfmeterschießen und der legendäre Zettel. Schiedsrichter wird heute Grant Lindem sein. Und der Anstoß durch die DFB 11. Es kann losgehen. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Der Ball an den Posten und wieder ins Feld. Da können Sie erst mal klären. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Das hat er stark mit dem Innenriss gemacht. Er kann es eben auch mit Gefühl und Technik. Die deutsche Elf liegt vorne. Das Spiel geht weiter. Jedinak. Den spielt er wieder zurück. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Götze. Mario Götze ist technisch sicherlich einer der stärksten deutschen Spieler, oder Buschi? Kann man so sagen, Wolf. Also Ballbehandlung, Ballan- und Mitnahme extrem stark. Der kann immer mal den Unterschied ausmachen. Robby Cruz. Ball an den kurzen Posten. So leicht dürften Sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Einwurf sofort ausgeführt. Jedinak. Da geht Boateng dazwischen. Bei der DFB-Elf unangefochtener Rekord-Nationalspieler ist ja nach wie vor Lothar Matthäus Buschi. Wolf, unglaubliche 150 Einsätze für Deutschland. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit jemand gefährden kann. Heinrichs. Vati. Ta. Henrichs. Goretzka. Götze. Ich dachte, ich stehe im Abseits. Deswegen habe ich jetzt gewartet. Das war nicht wirklich schwierig aus der Distanz. Ich dachte, das wird nichts. Jetzt steht es 2 zu 0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt hat er den Ball. Jetzt Götze. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Da passt er auf. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Robby Cruz Und Götze Jonas Hoffmann Ich weiß nicht, was das jetzt sollte, aber okay. Aber okay. Boat Hängerball Fati Jonas Hoffmann Schuss! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Die deutsche Mannschaft bekommt den Einwurf. Henrichs Jonas Hoffmann Die Flanke bleibt hängen. Und das gibt Eckball. So, und jetzt können wir noch mal schnellen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torhüters werfen. Das ist was für Ästheten und ein eindeutiges Signal an den Gegnern. An mir kommt keiner vorbei. Reus mit der Ecke. Super Parade. Den Kopf mal hält er. Ich bin wirklich konzentriert gerade, weil ich will hier nicht verkacken, der nationaler Öffner. Deutschland mit Drang nach vorne. Klasse Zuspiel. Da geht er dazwischen. Sainsbury. Und der Ball wird weitergeleitet. Jetzt ist er durch. Und er schießt. Und der Schuss geht flach ein, da war nichts zu halten. Alle meine Schüsse sind flach. Er ist heute richtig gut drauf. Wer macht hier sein zweites Tor? Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Nein, das schon nach nicht mal 20 Minuten, ne? Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Jonas Hoffmann. Jetzt schießt er. Na, vorbei. Das war die Chance auf den Dreierpark. Ja, hier vergibt er, aber ich sage, dass er sich nicht machen soll. Also passen war, aber war keine Möglichkeit mehr. Also einfach rauf damit. So wird er jetzt passen zu den, zu der 34. Ja, perfekt. Ja, okay. Gut gemacht, gut gemacht. Und per Kopf weitergespielt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da trennt er ihn fair vom Ball. Was sagt der Trainer? Okay, super. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jonas Hoffmann. Ein guter Doppelpass. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Gut geklärt, das war wichtig. Die deutsche Mannschaft mit dem Einwurf. Reus jetzt am Ball. Da kommt die Flanke. Ball kam gut, aber erst mal ist die Gefahr bereinigt. Goretzka. Ja. Robby Cruz. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Tolles Kurzvorspiel jetzt. Der große Offensiv dran fehlt aktuell so wenig, aber klar, sie führen. Gute Aktion. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Na, okay, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Momentan führen wir, das ist gut. Das ist gut. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegnerangriff? Weigl. Henrichs. Mario Götze jetzt. Mario Götze hat im Grunde alles, um ein richtiger Weltstar zu werden. Technisch extrem stark, sehr, sehr gutes Spielverständnis, aber es fehlt im Moment, euch ist ein junger Kerl. Da kommt der Schuss. Oh, Ecke. Viel Verkehr im Strafraum, gleich kommt die Ecke. Ist das eigentlich für ein Lockenkopf? Da können Sie erst mal klären. Plattnacht. Plattnacht. Weigl. Mario. Das könnte der Gelegenheit werden. Nee, wird aber nicht. Oder der Gewinn der Zweikampf. Goretzka. So überzeugt man in der Nationalmannschaft. So macht man das. Der ist heute richtig gut drauf, Pushy. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Jedinak. Das könnte gefährlich werden. Spielt den Ball direkt zurück. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kommt jetzt nochmal in den Strafraum. Sehr gut. Schönes Pressing jetzt. Genau. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Ab ins Mittelfeld. Rechts. Rechts schlitterfrei. Plattnacht. Plattnacht. Weigl. Klasse Aktion. Da geht er dazwischen. Die deutsche Mannschaft bekommt den Einwurf. Jonas Hoffmann. Er schießt. Na, aber Fabry. Super Chance. Was für eine Szene. Wir gehen mal nach hinten. Hoffen mal, dass er zu den Kollegen hier hinpasst. Die machen das gut. Die machen das gut. Was für eine Szene. Tolle Chance. Oha, schnelles Passspiel nach vorne. Oha, aber da steht die deutsche Vergut. Robi Cruz. Fatih. Robi Cruz. Wird's jetzt gefährlich? Tach, bereinig diese Situation. Tach, bereinig diese Situation. Tach, tach. Robi Cruz. Deutschland. Tach, bereinig diese Situation. Jetzt kommt die Ecke. Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. vier obwärtspieler sind hier wilkinson und der blog von boating abgefangen gut gemacht so reds gar mario hat sich 2014 in die geschichtsbücher des deutschen fußballs geschossen verlängerung gegen argentinien flanke schürrle und dann macht er das entscheidende tor zum vierten titel und ja jetzt steht er denn das ist so in einer reihe mit helmut rahn gerd müller und hat die prämen das war sehr gut jede schön dazwischengegangen ballverlust na 4 zu 0 zur ersten halbzeit mann hallo je mit dem aus dem weg junge der schuss geht da war nichts zu halten das war nicht schwer für ihn aber da musst du eben auch erst mal richtig stehen und damit ein weiterer treffer für die dfb die sich hier ganz deutlich abgesetzt hat das ist eine ganz klare angelegenheit kontrollieren die partie und diese führung ist doch mehr als deutlich jedi nack parti den ball holt er sich vollkommen problemlos so rett vielleicht geht jetzt was für deutschland weiter die deutsche mannschaft gibt vorteil ein wurs deutschland und die gelbe jawohl jetzt doch noch verspätet gelb macht er gut genauso musst du in der situation reagieren julian weigel entschlossen geklärt jonas hoffmann das könnte die chance werden so langsam wird's gefährlich alter jungen und die gelbe jawohl es gibt es mit viel risiko mit zu viel risiko keine andere option für den referee hi boah du stinkst roi ist jetzt am ball da verlieren sie den ball so wie viele minuten nach spätzeit gibt's gibt's jetzt die gelegenheit unaufhaltsam da trennt er ihn vom ball boating elz jedi nack roby cruz jetzt wird's gefährlich ergibt das faul und freistoß gefahr erstmal bereinigt nach dieser hereingabe druck jetzt auf götze vati das ist schon abgezockt wie sie das machen mit dieser führung im rücken sie spielen sich den ball hin und her und immer wieder kurzen schnellen pässe jetzt vielleicht mal druck von deutschland klasse einsatz goreczka weigel und hier hat den halbzeit 1 nur eine mannschaft gespielt 5 zu 0 der pausenstand eine super leistung im durchgang 1 von ihm sensationelle erste hälfte von ihm überhaupt nicht zu halten juli frankreich du kalt 2 0 ok belgien brasilien 1 1 kürzka aber dann verpassen wir was vom spiel das wollen wir nicht ich schätze mal 18 0 auch in der zweiten hälfte so überzeugend auftreten wie in durchgang 1 jetzt die deutsche mannschaft war so zu machen da sagte doch natürlich dankeschön und aber wir kürzka wenn juli jetzt ist die mann mehr in dieser szene aber jetzt hat sie die ball verloren und hier diesen pass weg ist der ball der ball ist draußen es gibt einwurf robbie cruz geht dazwischen reuss das könnte die gelegenheit werden und jetzt gibt es die eckwahl das moment das war ein ziel marco ist für aus war kam gut aber erst mal ist die gefahr bereinigt das war eine gute chance aber der ball wird abgeblockt macht er gut hier klasse aufgepasst und jetzt wo hat hängen und direkt zurückgespielt jetzt ganz gefährlich werden ich glaube mit diesem tor ist der deckel drauf auf dieser partie oder es sei denn wolf wir erleben noch ein wunder da es wird es nicht geben dass man das heißt das ist das machst du als tor war natürlich nichts aus der entfernung das stimmt kein vorwurf er geht vom platz und lässt sich auf dem weg noch mal ordentlich abfeiern und das völlig zu recht wenn du dich fragst das war eine weltklasse leistung von ihm heute sie zeigen eine top leistung und führen daher auch in der höhe verdient rudy 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 weg ist der ball was du ist das geht das geht jetzt müssen sie aufpassen defensiv machen ist gut du witz gar hendrich gut verteidigt der abvorteil für die deutsche mannschaft und jetzt gehen sie über die flügel goetz gar jonas hoffmann so macht man das nämlich und das tor jetzt noch mal in der wiederholung tolle flanke von rechts das muss er erstmal so hinkriegen ja der treffer gehört zur hälfte dem vorlagegeber keine frage bei dem treffer hat alles gepasst buschi die hereingabe der gute abschuss ein klasse tor sie dominieren die partie nach belieben und das drückt sich mittlerweile auch am spielstand aus er sieht das frau zeigt aber vorteil an genau richtig so das wäre eine völlig unnötige unterbrechung gewesen groß jonas hoffmann deutschland mit drang nach vorne und das obwohl wir auf profi gestellt haben machen wir trotzdem ist der ball trotzdem die situation geklärt und hier wird es ein wurf geben marco reuss und die situation geklärt und nun ein schuss der ball war ziemlich harmlos wenn er war aber abgefälscht also so harmlos war er nicht jonas hoffmann der ball erst mal raus gut gemacht ein wurf deutschland sie werden jetzt wechseln und das macht sind er nimmt den bereits verwahrten spieler vom platz das wird ja auch das geht immer schlecht die gute partie heute von ihm immer wieder kommt er ja an den ball sie lassen aber auch zu viel raum und das rückste aus ja natürlich ja natürlich so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren für euch nur noch knapp 10 minuten den spieler wieder zurück vielleicht geht ihr etwas für deutschland spiel früher nun der angriff sah gut aus aber dann kommt doch noch ein gegenspieler dazwischen da kommt der schuss lässt sich den ball nicht abnehmen jonas hoffmann jetzt die deutsche mannschaft so immer weiter läuft der ball immer weiter suchen sie die lücke das hätte eine gute gelegenheit geben können aber jetzt ist der ball weg der trainer hat ein einsehen und nimmt ihn aus der partie das war definitiv nicht sein tag heute das kann man so sagen wolf hilft ja nix sollte die partie jetzt wirklich schnell abhaken und dann wieder nach vorne schau kompromisslos geht er dahin sehr gut toni groß und den ball hält er problemlos das hat er den Ball die DfB-Helf greift hier an Nein, der geht nicht rein, der geht gegen Küsten, Alter! Du passt auf und kann klären Hä? 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 Warum? Jawoll! 8 zu 0! 5 Tore, Alter! Leckt mich am Arsch! Und diese Chance hier lässt er sich natürlich nicht nehmen, den Ball drückt er ganz souverän über die Linie. Aber Wolf, ganz ehrlich, aus der Entfernung ist das kein Problem. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. 8 Tore davon, 5 oder 6 alleine heute. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. 6, 7, okay. 7? 7? 7? Ich bin erzählt, du bist eigentlich 6. Rudi. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. 8? 8? 9? 6? 10? 11? 10? 12? 10? 11? 12? 12? platten hat reuss jetzt am ball er ist in einer super form und damit ist er natürlich für die mannschaft da können sie erst mal klären noch sind hier 20 minuten zu absolvieren könnte ja noch ein tor vielleicht mal druck von deutschland und das gibt schon wieder das glaubt es mir doch keiner marco reuss wird aus der angriff erst mal wieder vorbei schön dazwischengegangen ballverlust hennix go redsgar wird das eine torschance maybe not klasse aktion gorecka vielleicht geht jetzt was klasse pass tempo erst mal ein wenig raus aus der aktion verteidigt da den ballbesitz sie rücken schön nach bieten sich an den ball holt er defensiv waren es gut henrichs jetzt kann es gefährlich werden das war sehr gut roby cruz da haben sie vielleicht noch das gibt freistoß klare angelegenheit jetzt kommt hier der wechsel gefahr erst mal bereinigt nach dieser reingabe fahrte rudy jonas hoffmann die kurzen pässe jetzt sehr ball sicher sind sie da sie haben natürlich auch die führung im rücken da versuchen sie es mit dem doppelpass und er geht am gegenspieler vorbei klasse technik jackson erwein das könnte die gelegenheit werden nö sie dominieren und führen kurz vor spielende das ding werden sie nach hause bringen hier diesen pass weg ist der ball ich kann doch damit nichts anfangen dann heißt es wieder handspielen platten ab gorezzka marco ist am ball jetzt kann er sich den ball zum einwurf holen gut den ball verteidigt den ball spielt er raus und er gewinnt im zweikampf gorezzka groß am ball rudy ich muss sagen wie überzeugend sie hier generell ihr passspiel aufziehen das ist schon bemerkend schießt er ihn rein nein er kann abwehren aber der ball weiter im spiel super aufgepasst nicht zum ersten mal leute henrichs gorezzka gute aktion sehr gut aufgepasst und jetzt die chance weiter gefährlich versuch's einfach mal aber kein tor der winkel war spitz knapp das ist nicht jubil im leben nicht wer soll nicht wer das sonst sein soll so wissen können keine knoß lädt sich dem ball nicht abnehmen das deutsche team jetzt mit platz auf den flügel Gute Aktion, behauptet hier den Ball. Goretzka. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Da kann er ihn stoppen. Das Ding ist nicht reingegangen. Auch dieses Technik gelingt. Gutes Spiel von ihm. Jetzt ist die Kugel weg. Goretzka. Klasse Pass. Jetzt die deutsche Mannschaft. Ball kam gut, aber erst mal ist die Gefahr bereinigt. Jonas Hoffmann. Reus zieht ab. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Die DFB-Elf greift hier an. Jonas Hoffmann. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Die stellen jetzt wirklich alles zu. Die wollen uns kein neuntes Tor. Schade eigentlich. Schade. Schade. Ich bin enttäuscht. Ich verteidige da den Ballbesitz. Jonas Hoffmann. Ja, der war zu weit. Aber das Ergebnis spricht bändlich. Groß. Jonas Hoffmann. Wird jetzt gefährlich. Rudi. Jonas Hoffmann. Da kommt der Schuss. Noch ist die Chance da. Da machen sie richtig Druckerfreus. Da kommt der schnelle Einwurf. Makro Räuserball. Klasse Einsatz. Aber kommt er auch an den Ball. Bevor ein Risiko geht. Das war ja, ich wollte schon sagen, das war das. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist beendet. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen. Ein absolut verdienter Sieg heute. Und viel mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen, Buschi. Nee, Wolf. Kann man genauso stehen lassen. Ganz souveräner Auftritt da. Acht zu null. Julian Weigl. Acht zu null. Puh, also. Puh. Souverän. Also wirklich, wirklich souverän. Tor, 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 Tor. Gelbe Karte, gelbe Karte. Auswechslung. Äh, Tor, Auswechslung, Tor, Auswechslung. Wow. Wow. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. 13 Schüsse aufs Tor, von denen 5 nur vorbeiging und 6 ins Tor. Alter, stell dir mal vor. 6 plus 13, ne? Also. Das ist da 90 hoch reingegangen, ey. Ding. Alter. Okay. Ah, oha. Frankreich, Türkei 4-1. Niederland, Ägypten 4-0. Also es ist schon, 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 es ist schon. Junge, Junge. Dann machen wir noch ein Training. Oder den mache ich zwischen den Folgen. Alter, wir haben plus 1053% innerhalb von 9 Monaten, 10 Monaten. Alter. Junge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank für anderthalb Stunden, dass ihr mir hier zugeguckt habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ey, wir sind schon 75. Wir sind schon 10 aufgestiegen. Alter Vater. Wow. Tschüss. Tschüss. Bip. Bip. Bip.